Hier ist Gartenvideo.com Mein Name ist Markus Kobold und nochmals der Baum schwebt, der Baum hat ein paar Zwischenahnen im Buchs er wird jetzt gekehrt, wir haben uns entschieden diesen starken Ast auf den der Baum etwas ausgerichtet ist auf die Nordseite zu tun, um zu verhindern dass der Baum sich nur nach Süden ausrichtet also wir pflanzen diesen starken Ast der etwas stärker ist, man sieht es hier als die beiden anderen Äste diesen starken Ast auf die Nordseite und jetzt wird er sich weisen ob das Loch passgenau genug gross ist Robert, werden das Ballengewebe und die Drähte entfernt nach dem Pflanzen oder nicht? Nein, es bleibt alles dran Bleibt also alles dran, warum? Dass der Ballen stabil bleibt jetzt beim Pflanzen noch und danach spielt es keine Rolle das Ballengewebe verrottet und das Eisengewebe ist nicht behandelt das verrostet in zwei, drei Jahren Aha, okay also an Eisenmangel wird dann der Baum nicht leiden also versuchen wir das mal zu begutachten sind wir zufrieden natürlich werden wir den Baum dann unten aufasten um oben langsam eine Fächerkrone zu erziehen aber wir sehen ihn jetzt mal wie er hier ist wenn wir jetzt die Ausrichtung nicht wechseln dann werden wir es nie mehr können mal schauen was der Fachmann meint Robert meinst du bist du zufrieden? nicht ganz, wir müssen noch 20 cm nach Norden damit wir mittig zu dem gepflasterten Preis sind also wir müssen nochmals nochmals ein bisschen nach Norden gehen müssen wir das Loch noch erweitern unten? nein, das geht gerade ja, ok ja, ok jetzt kippt er ein bisschen zu fest jetzt kippt er ein bisschen zu fest wobei wenn ich da einen Beitrag leisten dürfte ich meine, dass er noch ein bisschen mehr nach Norden gegeben werden müsste also wir legen noch etwas Erde unten rein hier auf der Südseite damit er oben eher nach Norden geht das gibt also ich kann nicht abhängen da das geht das geht da kann man abhängen da kann man abhängen da Wir versuchen den auf dieser Seite nochmal etwas anzuheben, um etwas Erde unten anzubringen, um ihn mehr nach Norden zu kippen. Ich schaue mir das mal noch von der anderen Seite an. Papi, tun wir die Erde schön zusammen? Können wir nachher machen, ja. Also der Kaktus auf jeden Fall, im Hintergrund verschwindet der schon fast, den sieht man fast nicht mehr. Hier unser Bogen, da hatten wir früher Hopfen dran, jetzt sind die Kletterröselein von meiner Frau gezüchtet, da rangepflanzt. Und dahinter dann der Brunus Kanzahn plus unser kleiner Sitzplatz dahinten. Man kann sich schon vorstellen, wie sich das dann entwickeln wird.